An einer Hochschule interagieren Menschen in unterschiedlichen Settings miteinander. Sie arbeiten zusammen an Projekten, diskutieren Theorien und empirische Befunde, lernen, planen, lernen, forschen und vieles mehr. Was kann dabei passieren? Nun, im Miteinander kommt es immer wieder zu Benachteiligungen, Bevorzugungen, zu Ausschluss und Privilegierung. Wie kann das psychologisch erklärt werden? Beginnen wir mit dem Begriff Diversität. Diversität beschreibt Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten zwischen Menschen, zum Beispiel hinsichtlich Gender, soziale Herkunft, Alter, Disability, Ethnie, Nationalität, Religion, Sprache, sexuelle Orientierung, Weltanschauung und Sorgepflichten. Studierende ebenso wie Mitarbeitende lassen sich in Bezug auf diese Dimensionen beschreiben, zum Beispiel als alt, jung, männlich, nichtbinär, Erstsprache Deutsch, homosexuell und vieles mehr. Aber handelt es sich dabei um eine Zuschreibung von außen oder eine Selbstbeschreibung? In alltäglichen Situationen ist es durchaus notwendig und nützlich, dass wir Menschen kategorisieren, dass wir sie Personenkategorien oder auch Begriffsgruppen zuordnen. Aber nicht immer erwischen wir dabei jene Kategorien, die für die Personen in dieser Situation auch relevant sind. Ein Beispiel. Ich bin Sonntagnachmittag als Elternteil auf dem Fußballplatz und treffe dort meine Allgemeinärztin. Sie ist ebenfalls als Elternteil dort und will auch als solches gesehen werden, nicht als Ärztin. Mit medizinischen Fragen will sie Sonntagnachmittag auf dem Fußballplatz nicht belangt werden. Das Kategorisieren von Personen ist sinnvoll und notwendig, um im Alltag reibungslos miteinander interagieren zu können. Aber wo das Kategorisieren stattfindet, sind Stereotype meist nicht weit entfernt. Jungs sind wilder als Mädchen. Alte Menschen sind nicht mehr so leistungsfähig wie Junge. KellnerInnen in Österreich sind unfreundlich. Dabei handelt es sich um Stereotype, die meistens wertend sind, also positiv oder negativ gesehen werden. Außerdem haftet ihnen der Anschein von Allgemeingültigkeit an. Alle Jungs sind wilder als Mädchen. Alle KellnerInnen in Österreich sind unfreundlich. Stereotype spiegeln Machtverhältnisse einer Gesellschaft wider, und tragen auch zu deren Aufrechterhaltung bei. Wenn wir nun auf der Basis von Stereotypenkategorisierungen handeln, geht es um Wahrnehmungsverzerrungen, sogenannte Bias. Bias sind meist implizite, unbewusste Beurteilungen, Annahmen und Verknüpfungen von Personen mit Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie können auftreten in Bewerbungssituationen, bei der Beurteilung von Studierenden, bei der Einschätzung von Kolleginnen oder Lehrenden und in vielen weiteren Situationen. Ein Beispiel. Ich treffe auf eine Person, kategorisiere sie als jung, weiblich und muslimer und bilde mir schon unbewusst ein Urteil darüber, welche Fähigkeiten sie hat, nach welchen Werten sie lebt etc. Aufgrund dieser Einschätzung stelle ich sie ein oder nicht ein, hole ich sie in mein Team oder eben nicht, lade sie für einen Keynote-Vortrag ein oder eben nicht. Es gibt viele verschiedene Bias. Einer. Zum Beispiel bevorzugen wir Personen, die uns im Denken, Aussehen und Handeln ähnlich sind. Mit solchen Personen werden wir eher ein Gespräch beginnen, sie einstellen oder sie ins Team holen. Und zweiter. Wir sind aufmerksamer hinsichtlich Informationen, die das bestätigen, was wir bereits glauben. Wenn wir glauben, dass Jungs wilder sind als Mädchen, werden uns im Alltag immer mehr Jungs auffallen, die wild sind, beziehungsweise wir werden das Verhalten von Jungs als wilder einschätzen. Bias und ihre Effekte sind in der Psychologie gut erforscht. Anhand der Forschungsergebnisse lässt sich sehr anschaulich erklären, wie es aufgrund von verschiedenen Bias zu Bevorzugungen und Benachteiligungen bestimmter Personengruppen im Hochschulkontext kommt. Psychologische und sozialpsychologische Erklärungen leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Erklärung von Ungleichbehandlungen und zur Beantwortung der Frage, warum bestimmte Gruppen an der Hochschule dominieren bzw. fehlen. Wir können Sie versuchen Ihnen weiterhin an, weil ich wieder in die Hochschule, wenn lange untergehen, Vielen Dank.